Hallo und herzlich willkommen, hier ist Barlow mit BMZ Nummer 585 und den Themen Keine Erbstücke, Das Satanskind und Destiny Dungeons. Hallo Onkel Barlow, ich habe eine Idee zu den Erbstücken. Es ist für mich sehr frustrierend in Dungeons Quest-Items zu bekommen und schon ein OP-Erbstück zu tragen. Ausziehen ist eine Möglichkeit, nur will keiner auf 10% XP-Boost pro Teil verzichten. Will auch keiner auf Erbstücke verzichten. Wobei auch die Kollegen wegleveln, wenn man verzichtet. Du levelst jedes Mal mit Kollegen? Okay, gut, weiter im Text. Mein Plan, Blizzard sollte ermöglichen, relativ einfach nach dem Kauf von einem Item, das ein Kopf, Schulter, Hose etc. 10% XP-Buff ermöglicht. Die Item-Slots wären wieder frei und es wird für Soft-Hard-Appealer spaßiger, wobei ich mich zu den Soft-RP-Lern zähle, da ich es mag, Items zu erhalten, die meinen, was hat denn das mit RP-Ler zu tun, ob man Items bekommt oder nicht. Okay, aber gut, ja, die meinen Heal-Damage stärker machen, aka der Weg ist das Ziel. Wenn ich schon mal das Thema war, sorry, konnte nicht alle Folgen gucken. Habe dies auch so ähnlich bei Hilfe-Vorschlags in ein Blizzard geschickt. Glaubst du, das liest jemand mit Expertise oder ist das ein typischer Praktikantenjob mit Default-Aktion Papierkorb? Ich glaube, die Default-Aktion davon, um das Letzte zu beantworten, ist Papierkorb. Ich weiß aber nicht genau, inwiefern und wie oft wer beurteilt, ob ein Vorschlag ein guter Vorschlag ist und wie die weitergereicht werden, weil in dem Fall müssen die auch übersetzt werden und dann weitergereicht werden. Also den einfachsten Teil, den ich halt nicht verstehe, ist, wenn man sagt, ich bin dagegen, dass ich die OP-Teile trage, wieso trägt man sie dann nicht einfach gar nicht? Also warum sagt man, ich brauche aber den XP-Bonus? Jetzt sagst du, weil ich mit anderen level, du levelst doch nicht jedes Mal mit anderen und selbst wenn, dann ist ja das nicht weniger OP, wenn du dich von anderen Leuten mit Erbstücken quasi carryen lässt und dann den XP-Bonus brauchst, um mit ihnen mithalten zu können. Also wenn schon, denn schon. Wenn schon, dann einfach die Dinge ausziehen. Aber gut, ich habe nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich möchte einfach nur den XP-Bonus haben. Ja, wäre bestimmt möglich, also mit dieser, obwohl so ganz leicht ist es halt auch nicht, aber wäre bestimmt möglich, indem man zum Beispiel sagt, wir packen das Ding, wir packen den XP-Bonus auf ein Item drauf, was ich in Tabat oder so und nehmen ihn von den anderen runter. Die einzige Schwierigkeit ist halt, dass jedes einzelne Teil einen XP-Bonus hat im Moment. Dass jedes Teil einen Fünfer oder einen 10% XP-Bonus hat. Das heißt, es ist nicht so ganz leicht zu sagen, wie viel XP-Bonus stünden dem entsprechenden Spieler denn gerade zur Verfügung. Ich wüsste gerade spontan keine gute Lösung, um das zu lösen, weil wenn du nur drei Teile besitzt, was sich zum Beispiel sehr beliebt, die Ringe haben viele nicht beide, weil es den einen Ring halt nur übers Angeln gab, der einen 5%-Bonus hat. Was gibt man demjenigen, der das Tabat trägt? Denn jetzt für einen Bonus gibt man ihm 50% oder 45% oder 40%. Oder was ist mit Leuten, die Sachen freigeschaltet haben, die aber eigentlich die falsche Rüstungsklasse sind? Gibt es jemanden, der nur Stoffschultern freigeschaltet hat, den XP-Bonus für alle Rüstungsklassen, weil er ja theoretisch in den anderen auch Stoff tragen könnte, in Klammern es aber niemals tun würde, weil die falschen Stats drauf sind? Also abgesehen von so Kleinigkeiten, ja, könnte man machen, nur ich persönlich finde jetzt, dass das Problem ist kein so besonders großes, weil die einfache Lösung ist ja, zieh die Teile nicht an. Und ich glaube nicht, dass der Fall, ich level, aber ich möchte mit anderen zusammen leveln, die sollen aber ihre Erbstücke weitertragen, jetzt so ein extrem wichtiger ist oder dass der Nutzen davon in dem Fall so groß ist. Aber ja, also grundsätzlich fände ich es jetzt nicht schlimm, wenn Blizzard das einführen würde und würde sagen, wir geben euch die Möglichkeit, diesen XP-Bonus zu aktivieren, aber eben nicht die Erbstücke zu tragen. Hallo Onkel Barlow. Zur Aussage, dass Kindererziehung ja eigentlich den Eltern überlassen sein sollte, naja, es ist größtenteils den Eltern überlassen, wenn die nicht so viel verbocken, dass man ihnen die Kinder wegnimmt. Ist mir heute etwas sehr Unangenehmes passiert, was mich ein bisschen überfordert hat. Jetzt bin ich, also ich habe die Geschichte schon mal gelesen, wir machen das jetzt mal. Ich bin mal gespannt, was der Rest der Meute dazu sagt. Ich war mit dem Hund draußen, als ein Mädchen, ca. 9 Jahre alt, auf dem Fahrrad zu uns kam und anhielt. Ich bin es gewohnt, dass Kinder fragen, ob sie den Hund streicheln dürfen, ist ja auch alles kein Problem. Die Mutter war außerdem in Sichtweite und wirkte wenig beeindruckt. Aber anstatt mich zu fragen, ob sie den Hund streicheln dürfte, hat sie in einem sehr fordernden Ton gesagt, der Hund muss jetzt sitzen. Ich, leicht verwirrt, habe gelächelt, meine Hündin sitzen lassen. Ich fragte, ob sie den Hund streicheln wolle und drückte ihr ein Würstchen in die Hand, als sie dies bejahte. Jetzt zum seltsamen Teil. Die Mutter war inzwischen gegangen, als das Kind einfach an meine Tasche ging und die Packung Würstchen herausholte. Ich sagte, hey, du kannst doch nicht einfach an fremde Leute Würstchen gehen, nein, du kannst doch nicht einfach fremden Leuten in die Tasche greifen und nahm ihr die Packung aus der Hand, worauf sie mich nur angrinste und sagte, doch, ich darf das, du musst mitkommen, ich will zum Spielplatz. Ich war sprachlos, da ich aber nach Hause wollte und das Leid in der gleichen Richtung lag, fuhr sie mir nach. Dort zog sie sich die Schuhe aus, lief durch den Sand und verlangte dann, dass ich ihr doch wieder die Schuhe anziehen sollte. Und wo war die Mutter die ganze Zeit? Weil sie das nicht kann. Kein einziges Mal kam da ein Bitte oder ähnliches. Mir hat es da langsam gereicht und ich sagte, dass sie sich das hätte vorher überlegen sollen, worauf sie anfing zu weinen und meinte, dass ihrer Mutter sagen würde, dass ich sie auf die Straße geschubst hätte. What? Was? Also nochmal kurz die Zusammenfassung. Das kleine nervige Mädchen, als du die Bitte ablehnst, ihr die Socken anzuziehen, sagt, dass sie die Mutter anlügen wird und sagen wird, du hättest das Kind auf die Straße geschubst. Mhm. Ich bekam Angst und half ihr mit ihren blöden Socken, da dies ein kleines Dorf ist und sonst wohl die Mutter auf der Türschwelle gestanden hätte. Das ist ein kleines Dorf und keiner kennt das Satanskind. Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass Eltern ihre Kinder selbst erziehen sollten. Frage ich mich aber immer noch, ob ich sie mir einfach hätte heulend sitzen lassen sollen, stehen lassen sollen. Ja, damit sie kapiert, dass nicht die ganze Welt ihre Dienerschaft ist. Andererseits will ich auch nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn das Kind barfuß und weinend zu Hause auftaucht. Wie hättest du das gemacht? Ich hätte mir vor allem die Mutter zur Brust genommen. Also bei aller Liebe, es gibt so ein bisschen, also der gute Wille endet dann irgendwann auch. Also wenn, ich bin mir nicht sicher, ob du das Kind richtig verstanden hast, was sie da zuletzt gesagt hat. Bis dahin klingt das nach einem Kind, was noch so nicht so richtig die Grenzen kennengelernt hat. Das ist alles zwar kein schönes Verhalten aus Erwachsenensicht, aber wenn ein Kind noch nicht so richtig darauf gebrieft ist, wie es mit anderen Menschen umgeht, was ich bei neun Jahren für unwahrscheinlich halte, weil spätestens in der Schule geht so ein Verhalten nicht mehr. Eigentlich geht es schon im Kindergarten nicht mehr, aber gut, mit neun Jahren halte ich das schon für unwahrscheinlich, dass es viele Kinder gibt, die so wenig die Grenzen von anderen Menschen kennen und so wenig Verhalten beigebracht bekommen haben und sich da so hier durchs Leben kasper hausern. Aber also einfach nur irgendwie zu sagen oder den Fehler zu machen, das machen viele Kinder, zu denken, was der Erwachsenen darf und macht, das darf ich auch. Und das ist der erste Teil der Geschichte. Es denkt, woanders darf ich auch den Hund streichen und dann muss der immer Sitz machen. Also muss der Hund Sitz machen. Okay, so kennt es das eben. Du gibst dem Hund ein Würstchen, also darfst du dem Hund ein Würstchen geben. Okay, ist zwar falsch verstanden, aber ist noch irgendwie nachvollziehbar. Das ist nur so ein bisschen etwas, so ein Konzept, nicht so ganz raffen. Okay, können wir grundsätzlich noch mit leben? Auch wenn man sich da als Erwachsener denkt, würde ich diesen Maßstab für den Erwachsenen anlegen, würde ich den fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Aber egal, ist ja ein Kind. Dass du musst mitkommen zum Spielplatz, oder so, das würde ich nicht als den, zunächst mal nicht notwendigerweise, als den Befehl verstehen, sondern mehr als eine Bitte, die nicht nach den sprachlichen Konventionen von Erwachsenen formuliert ist. So dieses typische Kindisch, du musst jetzt mit mir spielen. Nein, musst du natürlich nicht. Diesen Satz formuliert man nicht so, Drecksbalk, aber alles noch irgendwo im Rahmen. Nur der letzte Teil, den du beschreibst, das will nicht so ganz in meinen Kopf rein. Also mein Hirn weigert sich noch, das zu glauben, weil andernfalls ist dieses Kind Satan oder Satans Kind. Bis dahin sind das alles nur Dinge, wo es irgendwie über Grenzen tritt, wo ich nachvollziehen kann, warum es das tut. Und wo man sagen muss, abgesehen davon, dass das Kind die korrekte Form noch nicht kennt, oder das Konzept von Nein wohl noch nicht so ganz verstanden hat, ist das alles noch so was, was man mit einigem Tadeln noch durchgehen lassen kann, aber der Rest nicht. Also das Socken anziehen ist jetzt mal egal, aber das gezielt eine Lüge oder eine Falschaussage gegen einen Erwachsenen als Waffe einzusetzen, das ist finster. Das ist ein sehr finsteres Konzept für ein neunjähriges Kind. Es ist für jeden Menschen ein finsteres Konzept, aber das neunjähriges Kind so ein Verhalten schon an den Tag legt. Wow. Also wenn du das Kind da nicht falsch verstanden hast und es das wirklich gemacht hat, dann ist es absolut an der Zeit, mit der Mutter zu sprechen. Also vermutlich, wenn dem so ist, kennt die diese Storys in ähnlicher Art und Weise schon und muss vermutlich gegensteuern. Was ich gemacht hätte, ich hätte dem Kind auch gesagt, dass das hier Schicht ist und ich hätte mir spätestens bei dieser Geschichte auf dem Kinderspielplatz dann die Mutter zur Brust genommen und eingenordet. Denn das geht halt gar nicht. Das geht halt absolut gar nicht. Ich glaube immer noch, du musst das Kind missverstanden haben. Das kann ich mir immer noch nicht vorstellen, dass ein neunjähriges Kind irgendwie, das erinnert mich an diese eine Werbung, es gibt so eine Werbung, so ein Werbespot mit so einem Kind, da geht es irgendwie um Schauspielerei oder so und da sitzt so ein Mädchen auf dem Rücksitz von einem Auto und ein Polizist hält den Wagen irgendwie an und dann signalisiert das Kind so, vorne sitzt halt die Mutter drin, dann signalisiert das Kind so, das ist nicht meine Mama, Hilfe. Und dann ist irgendwie der Gag darin, ist dann das Drama und so weiter. Und daran erinnert mich das gerade total. Hallo Onkel Balum. Ich habe folgende Frage, beziehungsweise erst die dazugehörige Geschichte und dann die Frage. Ich habe mir vor fünf Monaten drei Wochen, Moment, vor fünf Monaten drei Wochen, sechs Monate Spielzeit gekauft. Ach so, du hast dir vor fünf Monaten und drei Wochen sechs Monate Spielzeit gekauft. Um mich dann vor fünf Monaten und zwei Wochen dazu zu entschließen, kein W.O.W. mehr zu spielen. Oh, so ein Impulskäufer oder was? Hat lange gehalten. So, hm, das ist jetzt mein absolutes neues Lieblingsgetränk. Ich bestelle mir jetzt 19 Euro Paletten voll davon, eine Dose getrunken. Schmeckt mir nicht mehr. Was jetzt? Mir persönlich wurde es einfach zu zeitaufwendig mit dem Arzinerit farmen, Mythic Plus, Raiden und vor allem dem vielen AFK-Geschirr am Siegel, bis man eine der drei Sachen wieder machen kann. Moment, Moment, du beschreibst gerade zwei gegenteilige Phänomene, ne? Also einerseits sagst du, es ist zu viel Zeit, die du brauchst und der andere, die andere Kritik ist, dass du zu viel rumstehst. Also, dass es dann zu wenig zu tun gibt. Aber okay, also dann war ich im Urlaub und da war es zu heiß und zu kalt. Es hat zu viel und zu wenig geregnet übrigens auch. Und die Menschen waren zu freundlich und unhöflich. Darauf habe ich meine Zweitliebe, nämlich Destiny etwas mehr, habe ich mich meiner Zweitliebe, nämlich Destiny etwas mehr zugewandt. Wenn man nicht gefühlt drölf Stunden am Siegel AFK steht, hat man noch erstaunlich viel Zeit, zum Beispiel im Arzinerit zu grinden, was man ja nicht machen will, weil es so viel Grind ist. Und dort haben sie ein, wie ich finde, recht interessantes System für Strike. Das sind sogenannte Instanzen-Szenarios. Achtung, WoW-Spieler merken, Strike ist sowas wie eine Instanz. Man spielt diese in einem Dreierteam, also eher wie ein Szenario, sollten aus welchem Grund auch immer keine zwei passenden Spieler gefunden werden. Startet das Spiel den Strike mit den Spielern, die gefunden wurden oder auch nicht gefunden wurden. Heißt, es kann sein, dass man auch mal Solo eine Zeit lang spielen muss, weil das System Spieler nachjoinen lässt, welche gefunden. Okay, erste Frage, die ich hätte, ist, in diesem System, wenn Spieler nachjoinen, ist das Ding bis dahin, das Dungeon bis dahin so schwer, wie es für drei Spieler wäre, oder ist das so wie bei Diablo, dann halt auf Einspielerschwierigkeit runtergetunt? Das wäre schon eine wichtige Info. Da ich meine alte WoW-Spielzeit Anfang noch 1 zu 1 in Destiny-Spielzeit investiert habe, kam ich letztens an den Punkt, dass ich eigentlich erst mal fertig mit Destiny bin und nach einer Woche und erst Anfang Juni wieder in Aktion treten muss. Durch meine alte Gilde habe ich mitbekommen, dass es jetzt endlich neue Trollys gibt. Ich glaube, du redest jetzt wieder von WoW, ne? Also du bist mit Destiny fertig, hast du eine alte WoW-Gilde, nicht Destiny-Gilde, aber mitbekommen, dass es die neuen Trollys gibt und Trollys sind vermutlich die neuen Trolle, also Zandalari-Trolle. Da ich die Zeit hatte, habe ich mir die freigespielt und angefangen, ein Kätzchen oder besser ein Dino zu spielen, als ich mich im Dungeon-Browser angemeldet habe und 30 Minuten warten musste. Also habe ich schon gequestet in der Zeit, um eine Einladung für eine Random-Instanz zu bekommen, in der dann nach zwei Trash-Gruppen Tank und Heal mit den Worten Sorry gibt Essen. Beide! Achso, waren vielleicht zusammen, bei derselben Gilde. Zwei Brüder. Oder Brüder und Schwestern. Oder Schwestern. Leider in der Situation nicht an den Screenshot gedacht. Ich kann mir vorstellen, dass zwei Leute essen gehen müssen. Das muss jetzt grundsätzlich nicht zwingend im Screenshot bewiesen werden. Aber, ja gut, die Gruppe gelieft haben. Das Ganze war nicht allzu schlimm. Wir haben uns durch die Heerscharen marodierender, worgen, guhle Geister und was ist sonst noch so in Burg Schattenfang, was sonst noch in Burg Schattenfang darauf wartet, verkloppt zu werden, ohne Tank und Heal durchgekloppt. Aber ich frage mich dennoch, ob man das Strike-System aus Destiny in WoW nicht übernehmen sollte, weil ich glaube, die 30 Minuten Wartezeit hätte man sich so sparen können. Daher meine Frage, wie schmiert man das perfekte Mettbrötchen in die Spaß beiseite? Was hältst du von dieser Idee? Wenn man das zum Beispiel in der Level-Phase so macht, hast du vielleicht eine bessere Idee oder sagst du so, wie es ist, ist es schon okay? Vielen Dank für deinen Content. Mach bitte weiter so, falls du magst. Falls nicht, mach was anderes. Ich will dir ja nicht vorschreiben, was du zu tun hast. Dankeschön. Okay, also grundsätzlich ist es ja so, wenn Leute lieben, dann ist ja quasi das Destiny-System aktiv. Dann spielt ihr mit so vielen Leuten weiter, bis die Spieler im System gefunden wurden, die ihr haben möchtet. Und was du jetzt sagst oder ganz gerne hättest, wäre, dass es quasi gar keine Wartezeit gibt. Dass immer drei Spieler zusammengeworfen werden. Und das gab es ja eine Zeit lang mit Szenarios, aber die kamen bei den Spielern nicht so besonders gut an. Eines der Probleme ist da natürlich, dass Game Design nicht besonders gut dafür geeignet ist, sagen wir es mal so. Nehmen wir als Gegenbeispiel Diablo. Bei Diablo ist es so, dass jeder Spieler grundsätzlich ein Damage-Dealer ist und alle grundsätzlich ungefähr gleich viel Schaden machen. So ganz grob. Ich weiß, es gibt Situationen, in denen das anders ist und der eine macht mehr Single-Target, der andere mehr AOE-Schaden. Und natürlich macht die Halbklasse X jetzt mehr Schaden als die nicht Halbklasse Y und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich sind das alles Damage-Dealer und alles echte Damage-Dealer. Bei WoW ist das nicht so. Bei WoW haben wir Tanks, Heiler und Damage-Dealer. Und ins Szenario geworfen zu werden, irgendwie mit zwei Heilern oder mit drei Heilern, so wie es im Moment sich spielt, ist nicht immer so ganz geil, weil die natürlich lange nicht die Möglichkeiten haben, wie Damage-Dealer oder Tanks große Mengen an Mobs zu pullen und die schnell wegzuhauen in der Spec. Und die alle auf Damage-Dealer skillen zu lassen, kann ja nicht Ziel der Übung sein. Dass du halt sagst, das ist halt nur für die Hälfte der verfügbaren Specs gedacht. Als wir das hatten in Form von Szenarios, kamen die jetzt nicht gerade herausragend gut an. Es gab Leute, die die gemacht haben, die daran Spaß hatten. Carla zum Beispiel, meine Freundin, die hat die ganz gerne mal gemacht. Eben weil es nicht vielleicht auch diese verantwortungsvollen Rollen gab wie in normalen Dungeons. Aber andere Leute, wie ich zum Beispiel, haben Szenarios als nicht so spannend empfunden. Wenn es um WoW-Dungeons geht, ist halt die Frage, wollen wir das Grundkonzept eines Dungeons beibehalten? Wenn das Grundkonzept eines Dungeons beibehalten werden soll, dann brauchen wir halt auch die Grundrollenverteilung. Dass man halt sagt, naja, das Grundkonzept eines Dungeons ist eben, dass es da verschiedene Gruppen und auch größere Trash-Gruppen gibt und Bosse. Und die Bosse hauen dann eben so zu, dass man jemanden braucht, der sich speziell um diesen Bossen kümmern kann. Dass Leute also spezialisiert sind. Oder dass jemand einen Buff, einen Debuff dispelten kann oder so. Auch wenn das nicht so extrem häufig vorkommt in Dungeons, dass das nötig ist. Aber es gibt auch die Situation, wo das nötig ist. Und sei es nur, dass es irgendwo nötig ist, weil jemand einen Fehler macht, wie zum Beispiel in Atal d'Azaba den goldenen Kugeln, wenn man die berührt und den Debuff bekommt. Und ja, dann stehen wir genau vor diesem Problem. Wir können das nicht so ohne weiteres ändern, ohne das gesamte Grundkonzept von WoW zu ändern. Die Frage ist, wollen wir das, nur damit es für manche Spieler eine kürzere Wartezeit gibt. Ist ja nicht für alle Spieler so und es ist nicht in jeder Zeit relevant. Manchmal kommst du instant rein. Je nach Speck kommst du schneller rein und so weiter und so fort. Also wollen wir das dafür aufgeben. Und aus meiner Sicht eher nein, weil ich dieses Grundkonzept mit den Fünfergruppen oder überhaupt mit Gruppen, die halt aus Damage-Dealer, Heiler und Tank bestehen, interessant finde. Auf jeden Fall interessanter, als nur Damage-Dealer zu haben, die alles umkleven. Und dann sehe ich nicht so leicht, wie das geht. Weil so ein Unverhältnis halt da ist zwischen Tanks und Heilern auf der einen Seite und DDs auf der anderen Seite. Also eine große Überzahl von DVDs. Äh, von DVDs. Ähm, von DDs. Damage von Dealer. DVD. Ähm, ich weiß, dass Blizzard sich eine Zeit lang überlegt hatte, weil es zu viele Damage-Dealer gibt, in Dungeons Sechsergruppen statt Fünfergruppen zu machen. Und das halte ich für eine gute Idee, weil das am Grundkonzept nichts ändert. Ähm, ich kann mich halt daran erinnern, dass es in anderen, ähm, RPGs halt auch nicht zwingend Fünfergruppen gab. In Dark Age of Camelot waren eine Gruppe halt bis zu acht Leute. Die waren dann manchmal ein bisschen anders aufgeteilt. Da hat dann gelegentlich halt zwei Highlights zum Beispiel. Aber grundsätzlich spricht ja nichts dagegen, dass es eine andere Gruppengröße gibt. Denn die Gruppengröße von fünf ist ja willkürlich. Ähm, wir haben bei Szenarios Dreier gehabt. Wir haben zum Beispiel bei Diablo Vierergruppen. Wir haben in WoW Fünfergruppen. Wir haben in Dark Age of Camelot hatten wir zum Beispiel Sechsergruppen, äh, Achtergruppen. Warum nicht einfach eine Sechsergruppe in den Dungeons? Und das halte ich, glaube ich, für die bessere Lösung. Denn dein Problem ist ja eigentlich nur eine Wartezeit. Und die Wartezeit ist jetzt nicht mal notwendigerweise ein Riesenproblem, weil es ja nicht so ist, als ob es nichts gibt, was man in der Zwischenzeit tun könnte. Du selber beschreibst, dass du keinen Bock oder, ne, dass das AP-Grinden irgendwie anstrengend ist. Aber das ist ja eine Sache, die könnte man da nebenbei machen. Und, äh, von daher glaube ich, äh, ich vielleicht als zusätzliche Optionen, so wie bei den Inseloptionen, die sind ja auch ein Dreierszenario, ähm, ich weiß nur nicht, ob ich wollen würde, dass die normalen Dungeons dadurch ersetzt werden. Zumindest da machen wir nicht die Mythic Plus. Schwer. Weil, wenn du das den Leuten zu, ich will ja immer eigentlich schon gerade den Schlusssatz sprechen, aber, ähm, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr kommt mir noch in den Sinn, was dafür oder dagegen sprechen würde. Je mehr du den Leuten das leicht machst, den entsprechenden Content zu machen, wenn du sagen würdest, okay, dann gibt es diese Dungeon jetzt als Szenarios in einem, in einem Dreierding, wer würde dann noch für ein Fünfer-Dungeon melden? Mit der Einschränkung, dass es, dass da einer den Tank spielen muss, einer Heiler spielen muss, dass du als unerfahrener Tank irgendwie vielleicht, äh, erst mal die Wege lernen musst und so weiter. Wer würde das noch machen, wenn es quasi gleich gut wäre, Dreierszenario zu spielen wie ein Fünfer-Dungeon? Kaum einer, glaube ich. Und dann würden die sehr wahrscheinlich, ähm, noch größere Probleme haben. Wobei auf der anderen Seite, wenn man die Belohnung ein bisschen kleiner machen würde, als für normale Dungeons, dann vielleicht. Dann hättest du nämlich auch eine Möglichkeit zu sagen, die normalen Dungeons werden jetzt wieder ausgeglichener, weil die Dreier-DD-Gruppen vielleicht häufiger unterwegs sind. In, ähm, Szenarios. Auch da würde ich aber nicht drauf wetten, jetzt wo ich es gesagt habe, denn diese Tank-Problematik, die ist nicht, nicht unüblich und vielleicht sogar zum Teil bei Highland. Also wer sagt, dass es nur DDs wären, die dafür melden und nicht sogar noch mehr Tanks, die sich denken, boah, ich hatte sowieso schon nie Bock zu tanken in Dungeons. Jetzt, wo es die Dreier-Szenarios gibt, muss ich nicht immer derjenige sein, der alle Puls macht und jeden Weg kennen muss oder so. Also, ich halte es für schwierig. Ich glaube, die bessere Lösung für das Problem wäre, ähm, die Gruppengröße auf 6 zu erhöhen und einen weiteren DD reinzupacken, was zumindest die, ähm, Wartezeiten für die DDs mildern würde. So, das soll es gewesen sein für heute. Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr lasst mir weiterhin viele interessante Fragen zukommen. Das ist sehr, sehr wichtig, denn ansonsten kann ich diese Art von Video nicht dauerhaft machen. Macht es gut und tschüss, sagt euer Onkel Barlow. und Töne Barlow. Untertitelung des ZDF, 2020